Don't hesitate, innovate! Unter diesem Motto fand die Verleihung des Niederösterreichischen Innovationspreises 2019 in der Burg Perchtholzdorf statt. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich und das Land verfolgen mit dem Innovationspreis zwei Ziele. Zum einen die kreativen Unternehmerinnen und Unternehmer vor den Vorhang zu bieten und zu danken und danke zu sagen, was ihr großartige Ideen habt. Zum anderen motivieren, auch einmal hier kreativ nachzudenken und vielleicht nächstes Jahr Preisträger zu sein. Ich finde es großartig. Es tut mir immer leid, dass es nur immer in jeder Kategorie nur einen Gewinner gibt, weil alle Eingereischten hätten sich natürlich auch einen Preis verdient. Es war aber wieder ein eindrucksvoller Beweis unserer Unternehmen und der Innovationskraft unserer Unternehmen. In diesem Jahr wurden wieder zahlreiche Innovationen prämiert. Unter anderem wurde die FH St. Pölten als innovativste Forschungseinrichtung ausgezeichnet. Die beste Innovation aus Kleinunternehmen sicherte sich Fianostics für ein Instrument zur Diagnostik der nicht-alkoholischen Fettleber. Und den Preis in der Kategorie Digitalisierung konnte sich Logicals mit einem Steuerungslaufzeitsystem für Industrie 4.0 holen. Den Sonderpreis für Künstliche Intelligenz konnte sich das Unternehmen Ambit Solutions aus Krems mit ihrer Software Bakerman Digital sichern. Die Software unterstützt kleine Bäckereibetriebe bei Verwaltung, Bestell- und Lieferprozessen, damit sich der Bäcker wieder mehr auf die Semmeln konzentrieren kann. Also wir sind sehr stolz, dass wir den Sonderpreis gewonnen haben. Das zeigt natürlich auch, dass wir als Unternehmen am richtigen Weg sind. Wir versuchen das natürlich, unser Bäcker-Bestellsystem für Betriebe noch zu erweitern. Das heißt, Bäcker haben im Prinzip immer das Problem, dass bis tief in die Nacht vor bestimmten Hotels oder Gastgewerben oder sonst irgendwas Bestellungen eintreffen und der Bäcker dementsprechend lang aufbleiben muss. Das wollen wir natürlich auch digitalisieren und dem Bäcker damit Hilfe anbieten und dem Zettelwirtschaft ersparen. Gesamtsiege des Abends war die Firma ZKW Lichtsysteme aus Wieselburg. Mit der Innovation HD Mirrors konnte sie die Jury überzeugen. Bei dem Projekt handelt es sich um ein hochauflösendes Licht für Hauptscheinwerfer bei Autos. Durch dynamische, optimale Lichtverteilung und Symbolprojektionen setzt HD Mirrors neue Maßstäbe im Dienst der Verkehrssicherheit. Für den Geschäftsführer war die Auszeichnung beim Niederösterreichischen Innovationspreis eine große Ehre. Für das Unternehmen und natürlich für alle am Erfolg Beteiligten ist das eine sehr, sehr schöne Anerkennung und Lohn für unsere Bemühungen. Das Projekt wird jetzt im nächsten Jahr in Serie gehen bei ausgewählten ORMs und in Vorbereitung auf das autonome Fahren kann dieses System natürlich sehr gut auch eingesetzt werden, weil auch Kamerasysteme bei Nacht Unterstützung durch Licht brauchen und dieses System ist so hochauflösend und kann Gegenstände gezielt anleuchten, dass es hier eine Grundlage ist für sichere Systeme im autonomen Fahren. Somit steht nichts im Weg für eine ideenreiche Zukunft in Niederösterreich. Diese innovative Kraft und diese Menschen, die wir in unserem Land haben, werden auch in Zukunft weiterhin mit ihren Innovationen den Wirtschaftsstandort Niederösterreich attraktiv und erfolgreich halten.